Beacon of Purity guide my lands Uh, das werde ich nächstes mal mit dem Sex sagen Nice Hilft Big News RID ist Toxisch User entered your channel Nachdem ich jetzt Zeit gefunden habe zu spielen, warum lässt mich dieses Spiel nicht online gehen? Das Problem ist, das Spiel hat gespürt, dass du jetzt Zeit hast Die Schnauze verpiss dich und sag mir, wie ich in dieses Scheißspiel komme Ich mach einmal was Produktives Entweder schnarch ich dir oder sag mir, wie ich in das Spiel komme, aber mach irgendwas Und da kommen die Invites Gedroppt Nur, dass die bei mir nicht kommen Weißt du, was sonst noch nicht kommt bei dir? Ja Ich hole mal hinten kurz mein Essen noch aus dem Mikro Piep, piep, piep Fährst du gerade rückwärts? Oh, da wird es halt so gut und niemand war dabei Ganz schöne Hurensohn, ne? Boah, ne? So, jetzt ihr So, jetzt ihr Okay, hier Es werden viele Kisten spawnen und wir können eine auswählen Und je mehr wir auswählen, umso mehr Gegner spawnen Also es ist, äh Ja, alles schön Alle, alle Kisten Ja, alle Er sagt, ihr seid so Hurensohne Oh, das ist, das ist mein Ich hab euch gewarnt Ich hab euch gewarnt Ich hab euch doch einfach nur gewarnt So 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 Okay Ich, ich mach Nein Jetzt, ich mach die Weapons Chest auf und keiner klickt auf die Truhen, okay? So Du bist so ein Hurensohn, ey Du bist so ein fucking Hurensohn Ich, ich schwör, ey Ich, ich weiß nicht, warum ich mir das antue hier überhaupt Es ist kein seriöses Gaming Seriöses Gaming Ja, der ganze Angeln Every game is a profile Ja, ha 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 Holy shit Ich glaub meine Rüstung und mein Helm gehören ausnahmsweise mal zusammen Meinst du siehst nicht aus wie... keine Ahnung... Wie ein Scheiß Berliner vom Flohmarkt Er macht Critical Damage Er macht Splash Damage Lebenslauf 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 Nein, ich bin nicht... Ja, okay Was bist du nicht? Warst du Single? Wann ist das? Ihr könnt euch daran erinnern an die letzte Freundin von mir, die auch manchmal mitgequasselt haben. Ja Welche von den vielen? War das? Die mit der süßen Stimme Fick da einen! Ich bin nicht tot, fick dich! Ich hab ein Level Up gemacht! Oh, Level Up! Geht's et? Geht's et? Geht's et? Herzlichen Glückwunnen zu deinem Levelfortschritt Ich möchte das was sagen Oh ja, ich auch! Herzlichen Glückwunsch! Wunsch! Jungs, ich hab noch eine Bitte an euch! Oh! Alles! Oh ja, oh ja! Wir sind weit weg, wir können ihn einfach muten! Das ist ja nett von euch! Ja, leider nicht! Das ist dein Problem, nicht unser Problem! Kein Gag-Boll daheim! Ach, Elke! So machen wir jetzt noch so ein kurzes hier, so ein Mandate-Ding! Ja, komm, kurzes! So, wie deine Beziehung? Ich hab keine Ahnung, was ich tue, aber ich dealer noch Damage! Story auf ihr Beziehungs-Life! Ja, das ist korrekt, ich dealer Damage, ich droppe Orbs! Und du weißt nicht, was du tust! Und du weißt nicht, was du tust! Am Ende ist alles weg! Hilf Big News! Rind ist Toxisch! Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist! Ich glaub, der Sommer! Ich bin in einer in der Gruppe, mit dem Erwachsenen, die vielleicht über eine Frau, die ich treffen möchte! Bitte hilf mir! Ja, es sind schon größere Drohnen, also theoretisch... ...müsste Panzer die erfassen und dann einfach runterbritten, aber... Tun sie nicht! Tun sie nicht! Und alle nehmen das jetzt so als Hinweis darauf, dass sie total schlecht sind! Ich würde eher sagen, die syrischen Besetzungen, die daran trainiert sind, sind ein hoffen wehrpflichtiger, zwangsrekrutierter Spastis, die keinen Bock haben! Die neben dem Fahrzeug sitzen und Shisha rauchen! Ja! But that's just me! Hä? Neben? Hotbox this shit! Ich hab auch eins, aber vielleicht erzähl ich's nicht die ganze Zeit! Und gehe damit nicht anderen Leuten auf den Sack! Vor allem nicht, wenn ich mich nicht wie alle anderen eingefärbt habe! Aber nur tote Fische schwimmen mit dem Farbstroh, ne? Das ist ja was ganz besonderes! Snowflake-Pelke! Ja! Genf ist ziemlich schön! Ähm! Sehr, sehr international! Ja! Ähm! Aber... Voller Franzosen! Ja! Ja! Wer will das denn? Ist das jetzt positiverer Fist? Ja! 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 Blitzwixxer! Ja! Der Deathsort der Girls Call You! Ja! Wie geht's? Keine Ahnung! Still! Ja! Best Radführer gewesen wer? Ja! Erster Tag des Homeoffice! Ich habe ja keine Frau mehr! Den einen Tag Methadon, den anderen Tag Dublerone! Ist halt so! Ja! 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 Warum machst du so seltsame Geräusche, wenn du... ...konzentriert bist? Er ist seine Spange drin! Hahaha! Ist der Mundschutz! Seine dritten... Seine dritten... Seine dritten! Haha! Ja, zweimal Epic! Würde ich's richtig sehen? ist bei jedem spiel so am anfang am anfang ist es wirklich einfach nur stille und langweilig also der trash talk meine ich ist still und langweilig und mir je länger mein spiel um so besser wird es einfach nur noch ich kann einfach nicht unehrlich sein das ist schon fast guck mal wie einfach ich unerlich sein kann jede box missbrauch toxische beziehung können wir jetzt mal richtung doch gehen würde ja warum warum nicht mal eine betriebs alles gut mir geht es eigentlich ich bin ziemlich stabil also ich bin relativ stabil hier bitte lüge des abends mit wir brauchen wir brauchen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020